hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge spielen wir mal wolfenstein the old blood hier haben wir das letzte mal aufgehört und da gehen wir direkt durch die tür zack und zack wenn ich blöde da geht es auf jeden fall weiter hier kommen wir überall nicht weiter oder wir haben noch eine karte nee da geht es nicht weiter okay dann gehen wir darüber gehen darüber und juhu minimaler der match frag mal mich ok brauchen wir wohl das hier so ja ich weiß schon wie man sich duckt da liegt was gold schaut euch diese räume an ja schloss wolfenstein burg wolfenstein ich habe es gerade anders überlegt ich habe keine lust mehr zack ja hallo dries schon eine neue waffe ja man hätte jetzt hier auch sneaken können aber ganz ehrlich das ist jetzt nicht immer das tollste und praktischste wenn man nur sneakt und so ein bisschen action tut auch nicht schlecht finde ich jetzt war mir die schocks sind immer gut aber das wird jetzt dann erstmal die letzte weil mein akku muss laden und dat muss laden und dat da machen wir jetzt dann eine kleine pause für stück und folge das dann auch da geht es halt dann nicht so genau mit oh gott das sind pfiffis das sind pfiffis das ist das ist das ist das ist das ist das ist Vielen Dank. Okay, ich würde sagen, brauchen wir den Wagen. Mal schauen, was wir mit dem machen. Okay. 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 Okay, wir sind frei. Okay. Okay. Heureka. Das war knapp. Okay. 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 So. Okay. 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 kein strom genau hätten jetzt den strom angeschalten dann wäre der typ da angegangen das wäre natürlich sehr blöd für uns gewesen also ganz praktisch dass wir jetzt da doch ein bisschen vorgegriffen haben nicht gut ich habe gar keine ahnung ich laufe einfach mal los da hinten war auf jeden fall noch was hier kommen wir nicht durch ok dann gucken wir mal was da hinten noch war so Das war's. Etch. Ah, ok, da können wir hochklettern, ich habe doch hier, ah genau, auf der Karte war das. Oh ne, da können wir jetzt hochklettern. Hochklettern. Gold. Minischock. So, da haben wir jetzt doch einiges schon gefunden, also passt schon. Zeit haben wir noch genügend. Das ist wunderbar, das dauert mir alles ein bisschen arg lange, muss ich sagen. Zellenblöcke. Okay. Okay. Spinnweben. Spinni, Spinni, Spinni. Okay. RoboDog. So, wir haben einen Charakter, 3 Gold. Wie viel sollen wir da machen, 25? Okay, ich muss das machen, dass ich mehr Energie habe. Okay. Oh, oh, oh. Ich glaube, Jäger heißt das nicht umsonst. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, wie mit denen hätte ich sonst auch schalten sollen. Okay. 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 Das ist ganz zum Glück nicht und doch nicht. Ah, hier geht es auch noch durch. Okay. Jetzt ist die Frage natürlich, wo wir durchgehen. Weil da ist eins und da ist eins. Weil wir wollen aber, dass wir ein ganzes Rohr haben. Weil hier sind wir durch, da sind wir durch. Gucken wir mal auf die Karte. Okay. Da war der Hund drin. Wir gehen einfach da, wo der Hund drin war. Okay. Also wir müssen noch gar nicht da durch. Dann gehen wir mal da hin. So, jetzt haben wir das gemacht. Das heißt, wir können durch alle drei gehen. Wir gehen nie mit dem Hund. Das, ich bleib bei der Aussage Wauwau sicher gut. Und mein Ding hat sich hier irgendwie selbstständig gemacht. Und da. So. Okay. 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 Das wäre also scheißegal gewesen. Okay. Gut. Das muss man alles mal wissen. So. Es hat gespeichert gerade. Und ja. Wir lassen es gut sein. Ist die Folge ein bisschen kürzer. Ist doch Schnurzel. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Lasst eine Bewertung da. Schreibt was. Auf jeden Fall in der Endcard und in der Videobeschreibung. Endcard da drüben. Videobeschreibung unten. Ganz viele Links. Bis zum nächsten Mal. Tschau sen. Tschau. Tschau. Tschau muß! Tschau.